Hallo, da ist er, der Bau aus dem Markt. Save the date. Ah, sind Anglizismen die Macke überhaupt nicht. Merkt euch das Datum. Auf Deutsch. 14., 15., 16. Agrarministerkonferenz in Quittlenburg. Wir wollen Fragen beantwortet haben. Und die holen wir uns ab in Quittlenburg. Tragt euch in den Doodle-Listen ein oder in den Gruppen, mit wie vielen Leuten ihr kommt, wie viele Traktoren. Es ist eine Auffahrt, ihr plant für den 16., 9. Und ich glaube nicht, dass wir Antworten so schnell kriegen. Und wenn es so weitergeht, sind wir Bauern weit weg. Also, wir sehen uns am 14., 15. oder 16., am besten am 16. zur Auffahrt in Quittlenburg. Traktoren, Autos, Busse, egal wie. Save the date. 14., 15., 16. der 9. in Quittlenburg. Wir fordern eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, die für den Verbraucher nachvollziehbar ist und verständlich ist. Um regionale Wertschöpfungsketten zu stärken, auch im Sinne des Verbraucherschutzes. Wir haben Ideen und wissen, wie es geht. Redet mit uns. Wir brauchen verpflichtende Verträge für unsere Erzeugnisse, die mindestens Preis, Menge und Lieferzeitraum enthalten. Zudem ist das Verkaufsverbot unter Herstellungskosten, wie in anderen EU-Ländern schon geschehen, umzusetzen. Redet mit uns. Wir Landwirte können fachlich sinnvolle und nachhaltige Klima- und Biodiversitätsmaßnahmen im Rahmen unserer Produktion umsetzen. Für eine ökonomisch, ökologisch und sozial ausgewogene Ernährungssicherung brauchen wir entsprechende Markterrahmenbedingungen. Redet mit uns. Wir fordern eine Überarbeitung der Pflanzenschutzmittelanwenderverordnung zum Schutz der heimischen Flora und Fauna und im Sinne des Verbraucherschutzes. Redet mit uns. Wenn die EU-Politik Stilllegungen fordert, dann geht das nur freiwillig, begüht und bezahlt. Billig kann immer irgendeiner auf der Welt produzieren, aber regionaler wie der heimische Landwirt, das kann keiner. Wir fordern gleiche EU-Standards für alle Lebensmittel im Boden. Redet mit uns. Wir Landwirte bieten Kreislaufwirtschaft für tatsächlich mehr Tierwohl, Umwelt, Ressourcen und Klimaschutz. Redet mit uns. Und wir bieten Lösungen für weniger Abhängigkeit vom Weltmarkt. Redet mit uns. Wir fordern eine nachhaltige und verlässliche Politik, damit auch unsere Kinder noch eine Zukunft haben. Redet mit uns. Wir bieten und wir sind die Lösung für viele Probleme, die wir nur mit allen Akteuren entlang der Wertschöpfungsketten im Energie- und Nahrungsmittelsektor lösen können. Redet mit uns. Reden Sie mit uns. Redet mit uns. Redet mit uns. Landwirtschaft verbindet Deutschland. Bis zum nächsten Mal.